Was geht ab Leute, euer Frapses hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werde ich euch auf jeden Fall ein neues Paket vorstellen, welches wird demnächst entweder in den Shop oder in den Item Shop erhalten werden. Also in den Playstation Store, Game Store, Item Store, dies, das. Oder halt ganz normal in den Item Shop. Aber ich persönlich, schon mal ganz im Voraus, gehe davon aus, dass es hier in den Shop kommen wird. Also in den V-Bug Shop, wo man dann halt über seinen jeweiligen Shop der Konsole das Ganze kaufen muss. Doch dazu gleich auf jeden Fall mehr. Bevor es losgeht, Freunde, natürlich wie immer Daumen da lassen, abonnieren nicht vergessen. Checkt die Videobeschreibung ab für günstige Game Keys. Und Freunde, folgt mir gerne auf Instagram, Fraps und Strich YT. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber ich würde sagen, dass wir direkt mit dem eigentlichen Thema des Videos starten. Und zwar, Freunde, gibt es diverse Skins da draußen, die immer mal wieder eine neue Version erhalten. Das heißt, ein anderes Aussehen oder sonst was. Und ja, es ist soweit. Also einmal haben wir den Wildcard-Skin. Der Kollege hier wird auf jeden Fall eine neue Version erhalten. Dann zeige ich euch auf jeden Fall gerne einen weiteren Skin. Und zwar haben wir da Chaos. Den solltet ihr auf jeden Fall auch kennen. Der wird eine neue Version erhalten. Ähm, dann haben wir noch einmal miese Zeiten, würde ich sagen. Weil, Freunde, die kann ich euch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wo ich den Skin habe oder ob ich den überhaupt habe. Ich kann sein, dass ich den nicht besitze oder so. Ich habe zu viele Skins. Ich bin gerade alles nochmal durchgegangen. Ich finde die nicht. Aber was auch immer. Spielt ja gar keine Rolle, Freunde. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, es wird theoretisch gesehen drei Skins geben, die eine neue Version erhalten werden. Und zwar wären das Ghost-Versionen. Also das bedeutet, wir haben ja davor immer Shadow erhalten. So Shadow Legends, bla 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 bla. Und jetzt sollen dementsprechend Ghost-Skins rauskommen. Weil die aktuelle Season ist ja eine Shadow-Season. Eigentlich sind das alles dann Shadows, weil Ghost wurde gestürzt, bla 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 es den Ghost-Chaos-Agenten geben. Der Chaos-Agent wird vier verschiedene Versionen haben. Einmal mit, einmal ohne Maske und einmal schwarz, einmal weiß. Also nur damit ihr Bescheid wisst. Und so einen goldenen Effekt hat es auf jeden Fall immer. Und das sind keine neuen Stile oder so, das sind tatsächlich neue Skins. Das bedeutet, es wird zu 100% ein Paket sein, weil ansonsten, Freunde, würden die Skins nicht so reinkommen, sondern die würden einfach nur als Stil reinkommen und die Leute, die die besitzen, hätten die schon ganz zum Anfang, als die Skins reingekommen sind mit der neuen Textur, hätten die Leute die schon erhalten, was sie aber nicht haben, weil das Ganze halt dementsprechend noch nicht passiert ist. Dazu passend bekommen wir auf jeden Fall nochmal Rücken-Accessoires. Ich habe, denke ich mal, alles hier nach und nach in dem Video eingeblendet gehabt. Also drei Skins, drei Rücken-Accessoires und das Ganze wird höchstwahrscheinlich 15 Euro kosten. Also 14,99 kriegt ihr drei Skins und natürlich drei Rücken-Accessoires. Leider keine Spitzhacke oder ähnliches, aber so ist es nun mal. Was will man machen? Also ich muss sagen, Freunde, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ghost-Paket holen würde. Es kommt drauf an, was es kostet. Kann ja auch sein, dass es nur 10 Euro kostet. Das wäre auf jeden Fall schon ein bisschen verlockender, aber ansonsten weiß ich gar nicht. Das ist schwer zu sagen. Und by the way, Freunde, hier mit der Grund ist auf jeden Fall hier die Shadow-Festung, nur damit ihr wisst. Und ja, vorerst gibt es dann eigentlich nicht mehr zu sagen diesbezüglich. Das war auf jeden Fall das, was ich euch auf jeden mitteilen wollte. Also drei neue Skins, drei Rücken-Accessoires und das Ganze kommt höchstwahrscheinlich jetzt in den nächsten paar Wochen, sobald die allerersten Veränderungen vorgenommen werden. Bei Shadow wird ihr gegen Ghosts wieder ankämpfen. Die werden sich wieder aufstützen, bla bla bla. Und da wird es auf jeden Fall wieder richtig Action geben. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie genau das Ganze gemacht wird. Und dann würde ich eigentlich sagen, dass es hier mit dem Video gewesen sein sollte. Was denkt ihr, was das Paket kostet? Denkt ihr, das Paket ist cool für euch? Holt ihr euch das Paket oder eher nicht? Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich würde sagen, Freunde, das soll es mit dem Video gewesen sein lassen. Daumen darf ich jetzt nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich wäre dann mal raus heute eingehen mit dem Flow. Euer Fraps und ciao.